Und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Together Titan Quest Immortal Tronite On Mein Spiel hängt grad extrem Also eigentlich nicht Immortal Tronite On wir spielen immer zu normalen Titan Quest aber mit dem Immortal Tronite On Ja und äh ich hab grad äh ich weiß nicht ob jetzt die komplette Einladung drauf ist Weil ich hab grad auf ich hatte mein Finger anstatt auf 2 auf 2 nur Hab man gehört Auf einmal nimmt der Trank Ja dann äh in diesem Park gehen wir jetzt erstmal nach Gizeh Weil da ist eine Quest noch die wir da abgeben müssen beziehungsweise irgendwas finden Nein wir gehen zur Swings und der kleine Stadt hinter der Swings Das ist Gizeh Nein Gizeh ist das davor Nein das ist Memphis gewesen wir gehen jetzt nach Gizeh wir sind grad in der Hochebene von Gizeh Sorry dass ich lebe Solltet ihr die auch leid tun Gut Ähm Irgendwie in so einem Familiengrab ist hier so ne Quest ich hab mir die Quest mal durchgelesen Als ich hier so 2 Stunden lang auf ihn warten musste während er auf den Server kommt und noch irgendwas klären muss Ja sorry Ähm ich nehme jetzt ein bisschen anders auf Zwei Sachen sind momentan anders Einmal habe ich Mh vorgestern als wir So ein bisschen lecker lecker gemacht haben Ähm Apfelsaft über meine Tastatur gekippt Und der komplette Kreislauf ist durchgebrochen Also sämtliche Kabel in der Tastatur sag ich jetzt mal Ich hoffe ihr wisst was ich meine Von Kufu Ja hab ich auch grad gedacht Kufu Naja jedenfalls ist meine Tastatur voll im Arsch Und das hat mich voll angekotzt Und ähm man sollte vielleicht auch einen kleinen Unterschied hören Ich nehme jetzt nämlich mit einem anderen Mikrofon auf Ja man hört jetzt dein Klicken noch deutlicher Yay Richtig geil Ja ich hab jetzt ein Großmembran Das gleiche wie Kishi Dass man jetzt mein Klicken noch deutlich hört ist ja noch toller Und das war auch eine schreiende Erfahrung Frostschreie und äh schreiende Erfahrungen sehen immer so gleich aus Fick dich Ich wahl Okay Wo bist du? Im Level? Ich bin Äh Fiftrolle Okay dann bist du ein bisschen weiter als ich Es ist richtig gut dass man mein Klicken noch deutlich hört älter Hier ist noch ein schreiende Erfahrungen Kann man das irgendwie ausstehen? Da hab ich sogar mal drauf geguckt Äh Wie willst du das auch schön dass man das Klicken hört? Weiß nicht gibt bestimmt ne Möglichkeit Kannst du ihn lautlos im Auskaufen? Ja genau oder ich kauf mir nur noch lautere Das geht natürlich auch Ne gut man hört sie bei den großen Youtubern ja auch Okay greif einfach nicht an nein nein Hab ich gemacht? Nein ich Hast du ein Sichelschwert? Ist das gut? Das sah so aus wie ein Sichelschwert Ich hab nicht drauf geguckt was es war warte Das war ein Sichelschwert Äh 19 bis 24 Also im Öl Ja Dichelschwert hört sich aber cool an Sieht doch ganz cool aus Okay da hinten ist noch ne Höhle sehe ich gerade auf der Karte Wo wir erst in die Pyramide reingehen oder erst in die Höhle? Ist die Pyramide auch begehbar? Der war ein... Oh Sandteufel Ne Sandspuk sogar nur Ist Sandteufel die große Form davon? Weiß ich nicht Mir fiel das Wort grad einfach nur ein und ich fand's cool Ähm... Die Höhle kann man auch rein Ja ich sehs kurz Ich glaub da ist noch ne Quest drin Also wir müssen auf jeden Fall zu irgendeinem Familiengrab Ja ja Ich hoffe übrigens der Sound ist wirklich ein bisschen besser Ja Also ich find den Unterschied schon Ich hab gestern erstmal spezielle Aufnahmen gemacht mit dem Bekannten Wollen wir jetzt erst in die Dinge train? Äh... Keine Ahnung ich wollte erstmal hier die Umgebung erkunden Weil... Okay Weil... Wir sollten irgendwie zu irgendeinem Familiengrab oder so Und da dann ne Quest machen Ja ja Er vermisst den Bruder oder sowas Lackgrab bei mir ein bisschen Abysel Es kann übrigens gut sein, dass ich irgendwann mitten im Let's Play Neuen PC hab dann auch Ich hoffe es Genau... Geh... 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 Das wird dann aber wahrscheinlich erst im nächsten Gebiet sein Weil... Ja denk ich auch Geht nicht mehr so lange glaube ich Wahrscheinlich erst im übernächsten sogar Naja Kommt drauf an halt wie viel wir aufnehmen ne Ich... Ich bin dafür wir produzieren hier auch mal ein bisschen fort Aber nicht so viel Ja keine 30 Parts Keine 30 Parts Dann hätten wir jetzt erst wieder anfangen müssen zu produzieren alter Na gut Minecraft laden wir auch jeden Tag hoch ne Mhm Also theoretisch zumindest jeden Tag Okay hier ist noch ein Dings und da oben ist anscheinend noch eins Ja... Und dann müsste auch gleich die Stadt kommen Wir müssen übrigens demnächst mal wieder Minecraft aufnehmen Fällt mir grad ein Wir sind jetzt heute theoretisch bei Part 20 oder? Äh... Part 21 schon Und du hast auch erst 19 Parts hochgeladen ne? Nein also ich hab heute Nacht beide hochgeladen weil wir kein Titan Quest heute hatten Also heute... also... Ich weiß nicht ob das jetzt äh... Morgen früh war... also... Also bei mir kommt heute Abend noch Samstag... Abend oder äh... Äh... Sonntagmorgen ist das Video hier dann oben beziehungsweise freigeschaltet So mittags denke ich mal Ja... Bei mir kommt's drauf an wie lange ich zum Randon noch brauche Weil ich hab ja ne bessere Leitung als er Ja... Ich würd sonst sagen da wenn du heute Abend vorbeikommst Oder zumindest in der Nähe bist gerade Dann... äh... Hau dir das Ding auf den USB-Stick Ach ne du wolltest hier nicht bei mir einloggen Ja... Auf meinem virenverseuchten Rechner Hier ist die... hier ist die Stadt? Was ist das für ne Stadt? Ich seh... Abbruchstadt oder was alter? Ähm... okay hier gibt's ein Portal Kann man einfach mal laufen? Ja... Oh ich hab grad ne Nachricht gekriegt sollte man deutlich gehört haben Ja das war auch cool Ähm... Ja wie gesagt... Waren wir ja schon? Waren wir ja schon? Äh... Moment Ja dann rede ich einfach einfach so weiter weil... Du wirst übrigens nicht gemutet Ich weiß dass ich nicht gemutet bin ich bin fast gestorben gerade Ähm... Ja mach einfach also Weltraumaterie wieder chill dich Ich kann mich ja schlecht muten so ne? Klar du kannst irgendwann eine Tastüberlegung machen dass du dich mutest bestimmt Das kann sein Ich könnte natürlich auch einfach das Mikrofon über ne andere Quelle aufnehmen Also nicht über Fraps sondern jetzt zum Beispiel über... Du wirst erstmal die Kuramedias gehen Über das Programm was dabei war Ja warte ich werd grad angegriffen Und da vorne schon wieder Wir sind mit Sandspuk Am geilsten ist ja eigentlich bei Minecraft die Regelung Ja ihr dürft nicht schneiden Aber wenn eure Mutter oder so reinkommt dann dürft ihr schneiden Oh hier ist ein Typ Ja dann ist manchmal halt einen kurzen Cut rein Das ist ja nicht so schneiden was wir machen Also unsere Eltern kommen jedes Mal rein wenn wir gerade einen Cut haben ne? Immer Immer und dann immer vor lange auch Ja wir haben nie einen Cut Na ich weiß Muss ja anders äh... An Cut Ja da kennst du mal Gut wir sind jetzt im Kuhfuß Grab Schick schick Ja wo lang willst du jetzt? Jetzt nach unten Gut ich geh erst nach unten dann geht er nach oben Hallo guck mal da sind Katzis Ja ich wollte erst gucken ob es oben noch weiter Also ob da ein kleines Dead End schon zu sehen ist Aber du sagst du willst ja auch weiter gehen Ja Hab ich gesehen? Ich bin jetzt beim Helm Okay Weißt du ich geh jetzt noch Will ich jetzt noch mal weiter Ah Giftgewinnung Nee Gift benutze ich sowieso fast nicht Jetzt noch hier einen rein und Da einen rein Ich wart grad auf dich So Weiter geht's Let's go on Fick dich Was? Längst die kleinen Viecher einfach so einen Meter nach unten Und ich treff sie nicht mehr mit meiner Dingens Jut jut I said what what Ähm Ja was wollte ich jetzt kurz sagen Ich hab keinen Plan Also du gehst gleich essen und ich geh gleich auch essen Und ich bin danach weg Müssen wir heute Abend weiter aufnehmen Ja ich nicht Massive Steintür ich mach's dir einfach auf Oh Schreiter Meisterschaft Ich verprügel den Obelisken Ja machen bitte Ich hab ihn zweimal geschlagen und da hab ich gekriert und er war sofort kaputt Irgendwie bin ich auch grad ein bisschen stark Kalt 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 Jojoa Ähm Gut dann nehmen wir heute Abend nämlich noch weiter auf BZ wie heute Nacht nach Monsterfeuer Joa Wenn ich jetzt noch in der Lage bin Oder ich Ich hab übrigens die Aufnahmen gespeichert Oder zumindest die eine Ist doch gut so Wo du einfach nur die Hook gesungen hast Danke Das war ziemlich lustig wo du einfach nur die Hook gesungen hast Danke Wollt's klaue Wollt's klaue Ich hab meins aber auch noch Wollt's noch besser so Nein das war viel schlimmer als deins alter Obwohl du dich die ganze Zeit so verrapt hast sag ich jetzt mal Wow was war das Alter 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 WTF Hiiii Wollt's Übertreib doch nicht Joa neee Hoxing Shang 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 China man Guck dir das mal an das sind 4 Stück Was Das sind 4 Stück Warum sind die so groß das illegal Die sind aber schwach Zwei mal reinhauen die sind weg Ja die machen Schaden Ging eigentlich Ähm Ja ich hasse meine Tastatur übrigens jetzt Ich hab jetzt ne kleine Logitech Richtig beschissen eigentlich Die wär cool Ja warte Der älter Umhang der Wildtiere Wann nehm Ist der gut? Weiß ich nicht guck ich gleich mal Ein Heal wär übrigens immer noch gut gewesen Du hast keinen Platz mehr Hab ich gerade Ja warte kurz sagt und rennt dann weg Und du zu dir erstmal Erstatt mich zu heilen ob ich fast tot bin Jep Ähm Wo ist denn das? Wo ist denn das? Wo ist denn das? Wo ist denn das? Da? Ja Kufus Stab musst du noch aufsammeln Äh veredler Umhang ist Intelligenz scheiß Dann haben wir noch einen Umhang der ist auch Intelligenz scheiß Was war das dritte was wir gekriegt haben? Keine Ahnung du musst doch Kufus Stab aufsammeln Ja Mal chillig Wo ist denn der? Da hinten Ah ich kanns nicht aufheben Super Moment Wie groß ist denn der? Äh ein ganz normaler Stab Also ein Groß halt Oh noch mehr Zombies Ja jetzt kann ichs tragen Ich kann die ganzen Scheiß nicht mehr aufheben 44 Oh Moment Aber da gibts erhöhliche Erfahrungen Ist schuldig Hast du das zweite von den Messern? Jetzt guck ich nochmal ob hier irgendwelche Zombies sind Weil Zombies sind So wie egal Ich brauch echt nen Mute Knopf Alter Welche Tastatur hätten die mit belegbaren Tasten? Lass mal erstmal kurz in die Stadt reisen Ich hab kein Ding uns mehr Keinen Platz Dann könnte ich natürlich auf ne M-Taste das legen Aber ich hab ja keine mehr Danke liebe Apfelsaft Ähm Kotzen 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 Ich geh schon mal nach unten und mach da mal ein Portal hin Damit ich nicht so weit laufen muss Naja mach das Ich pop mich dann auch durch deins zurück Auch richtig scheiße alter Die ganz Alter ich hab die Tastatur aufgemacht Da sind ja so 3 Folien drin Keine Ahnung Ich hab noch nie so ne Tastatur aufgemacht Möchtest du mal sehen? M-m Okay Warum sollte ich da mal ein Bild davon machen? Wovon? Achso damit ich die Tasten wieder reingesetzt kriege Ich nehme an du möchtest etwas das ausverkauft ist Auf dem Bild kann man nichts erkennen übrigens Doch konnte man Also ich hab alles wieder reingebaut gekriegt Ähm 55 61 Also ist die schlecht Der Schild ist scheiße Starb das Kufu den sollte man wahrscheinlich behalten Ein bisschen Gut Gut Brauchst du ein Ring mit 17 Stärke 10 Schaden für Begleiter 5% Schaden für Begleiter 17 Stärke sagste? Ja Schon? Wär ganz sexy Die Die Armschienen sind schlecht Der Helm ist scheiße Der Schild ist auch nicht so geil Der Helm ist auch scheiße Sooo Ähm Kälte Widerstand Brauchst du Ringen mit 11 Geschicklichkeit? M-nein Einen mit 10 Stärke? Nein Brauch ich alles nicht Ich brauche eigentlich gar keine Ringe Ich brauche eigentlich so Befände ich so ein übertriebenes Blaues Legendary Kann ich dir helfen? Brauche ich eigentlich gar nichts Weil meine Ringe Meinen einen Ring den brauche ich Weil der mir übertrieben viel Stärke bringt Und Leben Der eine der macht ziemlich viel Lebenskraft schaden Entzieht Energie Ja Ok Moment Ähm ich habe noch Warte mal 10% Durchschlagswiderstand Ich habe jetzt übrigens 226 Stärke Ich habe jetzt üblich Und einen grünen Ring Für dich vielleicht 233 Brauchst du einen Ring mit 10% Durchschlagsschaden Nein Durchschlagsschaden 10% Intelligenz Und 5% Energie Nein Ok Ok Ich habe mehr Heiltränke Als ich normalerweise habe Geil Wartest du schon noch auf mich Oder bist du schon wieder weg? Ich bin schon im Porta Und habe gerade eine Steintür aufgemacht Wartest du bitte kurz? Ja dann komm her Moment Du musst mich immer so lange gucken Ob du irgendwas Gutes mit Inventar hast Nein ich verkauf gerade noch Ja Du Du guckst immer noch tausend Jahre lang Ob die Gegenstände gut sind Ich verkauf die einfach alle Weil ich weiß dass die scheiße sind Ja ich guck halt nicht nach Wenn ich sie kriege Ja ich guck auch Ich verkauf eigentlich allgemein alle Gegenstände durch Also ich guck noch schnell rüber Und dann sehe ich dass die vollkommen scheiße sind Weil ich einfach OP-Items habe Ja ich aber nicht Übrigens nur noch 5,5 Minuten Also beeil dich bitte Ich bin schon da Jetzt habe ich gerade übrigens neben den Pop-Shots gehört Du hast keine Dodgers Ja die sind gerade beide gestorben Schakal, Schakal Das ist ein Schakal Klar Hauptsache du rennst einfach Ich Du standst gerade bei mir hinter den Zombies Bei den Schakalen Wo wo ich eigentlich hin Jetzt stehe ich bei den Schakalen Ja Ah gut so Das ist ein Schakal Ja Guter Held Guter Held auf jeden Fall Guter Held auf jeden Fall Ja guter Held auf jeden Fall Ähm Gut ich würde sagen dann nehmen wir heute Abend noch weiter Titan Quest auf ne Mhm Und ich muss auch noch einen Single aufnehmen Wollte ich eigentlich auch gleich machen aber wenn ich gleich essen muss Und danach muss ich halt los Okay pass auf Wer ist auf Seuche Mach dich nur fast instant tot Kein Stück Stimmt die sind gar nicht mehr so stark Als ich am Anfang die ganzen Dinger geöffnet habe und da Seuche drin war bin ich immer fast dran gestorben Oder ich bin ja ein paar mal dran gestorben sogar Weil das ganz gut Schaden macht Und dann haben wir in diesem Part nur die Pyramide von Kufu geschafft Jep Dann nenne ich den Part dann nämlich auch so Pyramide von Kufu Chillig Und du brauchst ein bisschen Brandschaden jetzt Ja ich auch Nein ich mach Eisschaden Ja stimmt ich mach Eisschaden Diese Hunde töten mich hier immer als Regen Das ist ein Hegel oder süß Ähm ja Ich muss immer aufpassen dass ich meine Wolf Ich mach halt nicht so viel hier ne Mach mal mehr hier Oh Maden Ja da muss ich drauf skillen Ich hab bisher erstmal auf Schaden geskillt Was man auch so ein bisschen bemerkt weil ich jetzt ein bisschen mehr Schaden mache So Ich mein die Welle ist nicht Die Welle ist nicht unbedingt Ah ich bin gelevelt Die Welle ist nicht unbedingt super aber sie ist auch nicht schlecht Sag ich zum Beispiel bin gelevelt Yay Dann machen wir die Pyramide jetzt schnell fertig Machst du bitte den Ding ganz kaputt den Schreiben Die Oberlisken Ja genau Ach ne jetzt kommen wir wieder so einbalsamierte Tote Ich hasse einbalsamierte Tote Und ich hab gestern gemerkt dass das Mikrofon eigentlich echt geil ist So zur Aufnahme Bekannter von mir macht ein Ich sag jetzt mal ein Theaterstück Und Da haben wir halt so viel vorgesprochen Mit dem Mikrofon Weil er hat das bisher immer über ein Laptopmikro gemacht Ein Laptopmikro ist Dezent schlecht Und er meinte so Die Qualität geht doch schon vor Und dann hab ich mal eins angeschlossen Dann meinte er so Okay tschüss Laptop Gut dann warte dann scale ich noch kurz und dann können wir aufhören Dann müsste der Part ja fast zu Ende sein Guck mal kurz Oh ich hab noch 3 ungenutzte Fähigkeitspunkte Wie geil Ja wir haben jetzt so 2 Minuten können wir noch schnell rausgehen Ja ok ich scale grad noch kurz Was soll ich jetzt noch skillen? Äh Ich hab jetzt alles in Heal gesteckt Ich mach jetzt ein bisschen mehr Heal Ja das hättest du nicht machen müssen oder so Ich kauf das sowieso eine Million Heiltränk Ja aber für mich bringt das auch was Ich mach jetzt 1010 Leben wieder Geht ja Ja das geht echt Ich hab's ungefähr verdoppelt Das ist fast ein kompletter Heal Ja für mich nicht Für dich wahrscheinlich auch nicht Wie viel hast du 1,5? 1,3 Du hast weniger als ich? 1,3,5,1 ohne Eichenherz natürlich Achso ok ich wollt grad sagen Aber ich bin ja schon draußen Naja dann hast du trotzdem noch ein bisschen mehr als ich Boah leckerer derbst Ich bin grad draußen Hier ist noch ein Schrein der Erfahrung Den du nicht mitgenommen hast Hast du ihn jetzt aktiviert? Na Gut Ich lauf grad hin Aber hier sind wahrscheinlich keine Mönze ne? Oder? Hört doch grad welche Ok Ja ich schau mir grad den Schrein der Erfahrung Da müssen wir nach links oben noch Da siehts auch noch so Da müssen wir nach rechts Also direkt so über dir jetzt Nein da ist Hab ich schon gekundet Da ist nichts Äh nein da ist noch ne Dings Ne Höhle Achja Ok dann lass uns in die Höhle nochmal kurz gehen Nein können wir nicht mehr Panzer vorbei gleich Egal Ich will noch ein paar Erfahrungspunkte wenigstens landen Lassst du den Server dann bis heute Abend laufen oder? Nein bist du behindert? Gut dann machen wir heute Abend aber erstmal die Monster kalt Ich hab keinen Bock dann wieder im Part kalt zum Anastauten Also ewig Ist das das einzig nervige bei Titanquests Dass man unbedingt die Monster neu töten muss Das war fast überall so Ja das war ja auch bei Sacred so Aber bei Sacred musste man nicht so hin und her laufen die ganze Zeit Ja da war man da ist man ja Äh nicht am Brunnen neu gespawnt Sonst hat man hier neu gespawnt und aufgattert oder? Ja genau Wenn man hier halt beim Brunnen neu spawnt Und der Brunnen ist halt saumweit weit weg Sorry Für sowas wäre ein Mischpult natürlich toll Lass ist vorbei Ok Ähm Dann hoffe ich mal euch hat der Part gefallen Und die neue Soundqualität Und meine Tastatur hoffentlich nicht Weil sonst würde ich kotzen wenn euch die gefällt Das wäre nämlich echt assi Und Ähm Würde ich sagen Bis Dienstag Oder bis demnächst Je nachdem wann ihr die Folge guckt Ja dann würde ich sagen haut rein und ciao Tschüss